Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Ich drehe mich gerne im Kreis und werfe aufs Tor. Fass. Was ist deine wertvollste Erkenntnis? Mit Augen ist das Leben leichter. Was soll ich wissen, in welche Richtung? Okay, Nächste. Welcher deiner Mitspieler hat am wenigsten Humor? Hein Dattl. Ach nein, der spielt ja nicht. Wir bleiben bei Hein Dattl. Oh, mir ist schlecht. Stehe ich gut, Pike? Fifty-fifty, dass du triffst. Ja, aber da… Da macht Mia jetzt seine Übung. Ahhhh. Fang an, nicht zu drehen. Ja, okay. Schneller. Wie war dein erster Kuss und was hast du dabei gefühlt? Ich würde behaupten, dass es zu lange her ist, um das beurteilen zu können. Wie alt warst du? Das ist auch zu lange her. Das ist voll ein Vorteil, weil die da drüben rumlaufen. Ich glaube, es wird ein klassisches 0-0. Mit Glück trifft man vielleicht schon mal. Kommt noch was, oder? Was ist dein größtes Laster? Mein größtes Laster ist, dass es Tag gibt, da würde ich am liebsten im Bett bleiben. Boah, Scheiße. Scheiße, ich habe jetzt… Bist du noch da, Rafi? Du Scheiße. Boah, keine Ahnung. Du kannst dich ja gar nicht orientieren, wenn du dich so aufgeregt. Ja, natürlich nicht. Ich habe auch einmal in die Richtung geworfen. Was ist das Komplizierteste, was du kochen kannst? Ragout. Hä? Jetzt hast du… Ja, Glückwunsch. Jetzt hast du dich nur zweimal gedreht, oder? Einmal in die Richtung, einmal in die andere Richtung. Alles gut. Einfach nur so zack und wieder zurück. Danke. Herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg. Vielen Dank. Einmal in den Pokal. War sehr nice von dir. Danke.